Zwergkaninchen Zwergkaninchen Wichtig bei der Kaninchenhaltung ist außerdem Also es sollten auf jeden Fall zwei Stück sein Also selbst wenn jemand ein Kaninchen hat Die können dann mit ihrem Kaninchen hierher kommen Die Voraussetzung ist, dass sie auch geimpft sind Was sie ja auch ist gegen Mixomatose und RHD Und dann könnten wir es halt versuchen Ob sie mit dem Partner oder der Partnerin versteht Optimal wäre natürlich Partner Weil Weibchen und Weibchen sich nicht immer so verstehen Also die Leute, die hierher kommen Die kriegen auch von mir einen Speiseplan Für Kaninchen, was sie alles essen dürfen Weil viele gar nicht wissen, was sie alles essen dürfen Also da gibt es wirklich ganz ganz viele Sachen Ja, nur mit Kohlsachen Muss man ein bisschen aufpassen Aber dürfen sie ruhig auch mal Wenn sie Nina gerne kennenlernen möchten Wenden sie sich an den Tierschutzverein Frankfurt Danke